Musik Wir werden uns in diesem Video mit den Sedimenten der Kreidezeit beschäftigen. Dafür gehen wir in den Alpstein. Dort bilden die Kreidesedimente spektakuläre Berge, die aus stark gefalteten und zum Teil vertikal stehenden Kalksteinschichten bestehen. Wir sind heute wieder mit Ivan unterwegs und werden mit ihm die Gesteine der Kreide studieren. Die Kreidezeit dauerte von 145 Millionen Jahren bis etwa 66 Millionen Jahren vor heute. Zu Beginn der Kreidezeit war die Öffnung des Piemont-Ligurischen Ozeans in vollem Gange. Im Laufe der Kreide löste sich Iberia von Eurasia. Ein Sporn von Iberia reichte damals bis in den Alpenraum. Dieser Sporn wird im Alpenraum als Prionsonet bezeichnet. Als sich das Prionsonet zusammen mit Iberia von Eurasien löste, bildete sich ein zweiter Ozean im Alpenraum, nördlich des Piemont-Ligurischen Ozeans, der Walliser Trog. Gegen Ende der Kreidezeit begann sich der Piemont-Ligurische Ozean von Süden her wieder zu schliessen. Die Adriatische Platte schob sich über den Ozeanboden des Piemont-Ligurischen Ozeans, welcher subduziert wurde. Wir sehen hier die kreidezeitliche Entwicklung des Alpenraums im Querschnitt. Zu Beginn der Kreide wird der Piemont-Ligurische Ozean immer grösser und das Prionsonet löst sich von Eurasia. Gegen Ende der Kreidezeit begann sich Adria gegen Norden zu bewegen. Es schob sich über das Salassicum und danach über den Piemont-Ligurischen Ozean, welcher subduziert wurde. Die Kreidesedimente, welche wir uns im Folgenden anschauen, wurden auf dem eurasischen bzw. europäischen Kontinentalrand abgelagert. Im Alpstein finden wir eine Abfolge von Kreidesedimenten, welche von der frühen Kreide bis zur späten Kreide reichen. Wir werden in diesem Video von der Schwegalp zum Gipfel des Sentis laufen und uns die Sedimente anschauen, die wir auf dem Weg antreffen. Wir sehen bereits mit der Drohne, dass wir hier verschiedene Gesteinseinheiten von unterschiedlicher Mächtigkeit haben. Wir werden uns nun die unterschiedlichen Einheiten anschauen und sehen, was diese uns über den Alpenraum während der Kreidezeit erzählen können. Wir sind soeben von der Schwegalp losgelaufen und sehen hinter uns die ersten Kalksteine. Die allerersten Gesteine, die uns aber interessieren, sind genau hier unter unseren Füssen unter dem Gras. Das sind die Örlimergel. Die Örlimergel verwittern ziemlich schnell und sind hier deswegen vom Gras bewachsen und wir können sie nicht sehen. Allerdings ein bisschen weiter in die Richtung, wenn wir mit der Drohne fliegen, dann können wir die Örlimergel sehen. Sie bilden diese braunen Lagen im Gras. Ivan, wie sah es denn hier aus zur Zeit der Ablagerung der Örlimergel? Die Örlimergel wurden vor 145 Millionen Jahren zur Zeit der frühen Kreide hier abgelagert. Damals war der europäische Kontinentalrand unter Wasser. Bereits im Jura hatte sich eine Karbonatplattform gebildet, auf der, wie der Name sagt, Karbonate abgelagert wurden. Die Karbonatplattform existierte bis ungefähr in die mittlere Kreide und sie wurde mal mehr, mal weniger von Umwelteinflüssen in ihrem Wachstum gestört. Die Örlimergel bestehen aus Mergel, also aus einer Mischung von Karbonat und Ton. Die Tonmineralien wurden vom Festland her eingeschwemmt. Zu dieser Zeit war also die Karbonatproduktion auf der Plattform reduziert. Wie wir gesagt haben, verwittern die Örlimergel ziemlich schnell. Da hinten gehen die Örlimergel in den Örlikalk über. Und der Örlikalk, der ist viel verwitterungsresistenter als die Örlimergel und bildet daher markante Felsen. Und den Örlikalk schauen wir uns als nächstes an. Der Örlikalk besteht aus massigen Kalksteinbänken, die, wie wir hier sehen, hier leicht schräg gestellt sind. In diesem Kalkstein finden wir viele Fossilien, wie zum Beispiel Korallen oder Muscheln, wie wir hier sehen können. Hier finden wir fast keine Mergel. Der festländische Eintrag war also im Vergleich zur Karbonatproduktion weniger wichtig. Daher haben wir hier eine fast reine Karbonatablagerung. Über dem Örlikalk folgt der Betliskalk. Wieder haben wir hier Kalksteinbänke. Im Gegensatz zum Örlikalk hat aber der Betliskalk eine braune Verwitterungsfarbe. Das sehen wir auch in diesem Stück sehr gut. Der frische Bruch hat jedoch eine dunkelgraue Farbe. Ivan, worin unterscheidet sich denn der Betliskalk vom Örlikalk, den wir vorhin gesehen haben? Im Betliskalk finden wir viele versteinerte Reste von Echinodermen, also Stachelhäutern. Zum Beispiel dieser versteinerte Segel hier. Die meisten Echinodermenreste sind jedoch nur mit der Luppe erkennbar anhand der glänzenden Bruchflächen im Gestein. Der Betliskalk wurde vor ungefähr 140 Millionen Jahren abgelagert. Auf der Karbonatplattform standen zu dieser Zeit sehr viel mehr Nährstoffe zur Verfügung. Das sieht man unter anderem an der dunklen Farbe des Gesteins, aber auch an der Abwesenheit von Organismen, die Photosynthese betreiben, wie zum Beispiel die Korallen. Weiter oben in der Abfolge folgt der helvetische Kieselkalk. Dieses Gestein ist härter als die Kalksteine, die wir bisher gesehen haben. Und wenn wir uns das frische Stück ein bisschen genauer anschauen, erkennen wir neben Kalzit auch noch Quarz. Am einfachsten erkennen wir den Quarz, indem wir mit dem Gesteinsstück ein Taschenmesser ritzen. Reines Karbonat oder reiner Kalzit ist zu wenig hart, um das Messer ritzen zu können. Quarz oder quarzhaltige Gesteine ritzen das Messer hingegen schon. Wir sehen, dass wir mit dem Handstück das Messer ritzen können und folglich enthält der helvetische Kieselkalk Quarz. Die Quarzkörner des helvetischen Kieselkalkes gehen auf terrestrischen Ursprung zurück. Wir haben also wieder Einflüsse des Festlandes, wodurch die Produktion von Karbonat eingeschränkt war. Daneben finden wir in dieser Formation auch Kieselknollen, welche aus der Kieselsäure von Skeletten kieseliger Organismen entstanden sind. Über dem helvetischen Kieselkalk folgt die Tierwissformation. Die Tierwissformation ist ungefähr 130 Millionen Jahre alt. Und sie besteht vor allem aus märgeligen Kalken und Märgeln, wie wir hier sehr schön sehen. In den kalkigen Bereichen der Tierwissformation findet man zum Teil fossile Austernbänke. Hier sehen wir zwei dieser Austern. Wie die Öhrlimärgel bilden auch die Märgel der Tierwissformation stark zurückwitternde Schichten, die im Feld nicht besonders in Erscheinung treten. Hier bildet die Tierwissformation lediglich diesen steilen Grashang. Darüber, weiter oben, sehen wir wieder einen etwas erosionsresistenteren Kalkstein. Das ist der Schrattenkalk. Der Schrattenkalk bildet hier nicht gerade den eindrucksvollsten Aufschluss. In anderen Teilen des Alpsteins bildet der Schrattenkalk spektakuläre Felswände. Wie zum Beispiel hier an den Kreuzbergen, wo die Schichten des Schrattenkalks durch Verfaltungen vertikal stehen. Ebenfalls am Alpmann stehen die Schichten des Schrattenkalks vertikal und sorgen für einen imposanten Anblick. Soviel zum Schrattenkalk vorerst. Wir werden später dann nochmals auf den Schrattenkalk zurückkommen. Wir sind nun weitergelaufen und auf dem Weg ist etwas Interessantes passiert. Über dem Schrattenkalk folgten mergelige Gesteine, die sehr stark zurückwitterten. Die sehen wir auf diesem Bild. Die Mergel waren meist von Gras bewachsen und im Gras sahen wir zum Teil braune, herauswitternde Schichten. Das sind die Oerli-Mergel, die wir ganz am Anfang, zu Beginn des Videos gesehen haben. Und zwar nur mit der Drohne. Über den Oerli-Mergeln folgen wieder erosionsresistentere Kalksteine, die stark herauswittern. Das sind die Oerli-Kalke. Weiter oben folgten dann wieder die Bethliss-Kalke, also die braun anwitternden Kalksteine. Und darüber hatten wir wieder den helvetischen Kieselkalk. Jetzt sitzen wir auf Gesteinen der Tierwies-Formation. Ivan, was ist denn hier los? Wieso haben wir hier wieder dieselben Gesteine? Ja, was wir hier sehen, ist tatsächlich eine Wiederholung der Schichtabfolge. Das liegt daran, dass hier die Gesteine des Sentis verschubt sind. Während der Alpenbildung wurden die Sedimente des europäischen Kontinentalrandes als Gesteinsdecken übereinander geschoben. Wir sind hier im Bereich der Sentis-Decke, welche aus Sedimenten der Kreide besteht. Innerhalb der Sentis-Decke wurden die Sedimente verfaltet und verschubt. Als wir vorhin vom Schrattenkalk wieder zu den Oerli-Mergeln kamen, sind wir von einer tieferen Schuppe in eine höhere Schuppe gekommen. Wenn wir hier noch weitergehen, folgt auf der Tierwies-Formation wiederum der Schrattenkalk, der hier sehr viel mächtiger ausgebildet ist. Wir sind nun ein wenig weiter gelaufen und Ivan hatte recht. Wir sind hier im Schrattenkalk. Wenn wir mit der Drohne darüber fliegen, dann sehen wir, dass der Schrattenkalk hier durchaus mächtiger ist als vorhin. Und er bildet imposante, schräg gestellte Bänke. Zur Zeit der Ablagerung des Schrattenkalkes gab es hier wenig terrestrischen Einfluss und eine hohe Karbonatproduktion. Daher finden wir wenig Mergel. Der Schrattenkalk ist ungefähr 125 Millionen Jahre alt und besteht aus Trümmern und ganzen Fossilien. Oft erkennt man für diese Zeit typische, eigenartig geformte fossile Muschen im Gestein, wie zum Beispiel hier. Andernorts findet man auch fossile Korallen, die hier allerdings etwas seltener sind. Die Korallen und möglicherweise auch diese Muschen betrieben Photosynthese und sind damit auf klares Wasser angewiesen. Ist das Wasser trüb, entweder durch terrestrischen Einfluss oder durch das Vorhandensein von Nährstoffen, dann ist das schlecht für diese Organismen. Folglich können wir sagen, dass wenn wir fossile Korallen oder diese Muschen im Gestein finden, es der Plattform eher gut ging und umgekehrt. Hier haben wir diese Fossilien und folglich ging es der Plattform gut. Vielleicht erinnert ihr euch noch, dass wir im Video zum Gesteinskreislauf im Rahmen der dynamischen Erde auf der Schrattenfluh waren. Auch dort haben wir den Schrattenkalk gesehen, denn die Schrattenfluh ist die Typuslokalität des Schrattenkalks. Wir gehen nun noch weiter nach oben und schauen, ob wir über dem Schrattenkalk noch weitere Gesteinseinheiten finden. Ich sitze hier auf der Graschella-Formation direkt über dem Schrattenkalk. Sie bildet ein wenige Meter mächtiges Band in der Landschaft, hier mit Gras bewachsen, das deutlich zu erkennen ist. Die Graschella-Formation besteht aus sandig-märgeligem Gestein mit Kalkknollen, die wir hier sehr schön sehen. Die Formation bildete sich zwischen 120 und 100 Millionen Jahren vor heute. Zu dieser Zeit begann die Karbonatplattform stark abzusinken. Die Sedimentationsraten gingen stark zurück und es blieben nur noch wenige Organismen, die Karbonat produzierten. Daher haben wir vergleichsweise viel Zeit in dieser relativ dünnen Einheit. Die Graschella-Formation markiert damit das Ende der Karbonatplattform, welche vom späten Jura bis in die mittlere Kreide am europäischen Kontinentalrand existierte. Charakteristisch für geringe Sedimentationsraten sind diese phosphoritreichen Lagen in der Graschella-Formation. Zum Teil finden wir in diesen Lagen auch noch Amoliten, wie zum Beispiel hier. Die höchste Einheit, die wir hier finden, ist der Sävenkalk. Er bildet auch den Gipfel des Centis, da weiter oben. Ivan, was erzählt uns denn der Sävenkalk über die abgesunkene Plattform? Der Sävenkalk ist ein Kalk des offenen Ozeans und wurde vor 100 bis 85 Millionen Jahren vor unserer Zeit gebildet. Er enthält viele Reste von planktischen Organismen, die in der Wassersäule lebten und nach dem Tod auf dem Meeresgrund gesunken sind. Das Gestein ist ziemlich homogen, abgesehen von dieser knolligen Schichtung. Und man erkennt makroskopisch in der Regel kaum Fossilien. Die vorherige Formation, die Graschella-Formation und die Sävenkalk-Formation hier zeigen sehr schön, wie die Plattform in der mittleren Kreide in die Tiefsee abgesunken ist. Über der Sävenkalk-Formation finden wir hier im Centis keine jüngeren Sedimente. Wir wissen aber von anderen Orten, dass darüber merkelige Abfolgen der Kreidezeit folgen. Danach wurde das ganze Gebiet im Rahmen von plattentektonischen Prozessen über den Meeresspiegel gehoben und die Sedimentation wurde für längere Zeit ausgesetzt. Kommen wir nochmals kurz auf diese Schuppen zurück, die wir hier am Centis haben. Wir sehen hier ein Profil durch den Centis. Wir sehen einerseits einen Teil der Centis-Decke, welche auf die unterliegenden Sedimente geschoben wurde. Innerhalb der Centis-Decke wurden die Gesteine verschuppt und verfaltet. Die steil stehenden Schrattenkalk-Schichten der Kreuzberge, die wir vorhin mal gesehen haben, sind durch die Verfaltung entstanden. Und die sich wiederholende Schichtabfolge am Centis, durch die wir gelaufen sind, zeigen den Schuppenbau. Wir werden in späteren Videos noch genauer auf die Decken und deren Entstehung eingehen. Wenn wir mit der Drohne schauen, sehen wir zwar den Schuppenbau nicht so gut, aber wir können trotzdem die verschiedenen Einheiten sehen, durch die wir gelaufen sind. Zuerst sahen wir die Örlimergel, dann den Örlikalk, den Betliskalk, den helvetischen Kieselkalk, die Tierwies-Formation und ein dünnes Band vom Schrattenkalk. Darüber folgt die nächste Schuppe, die wieder mit dem Örlimergel beginnt. Wir haben dieselbe Abfolge wie vorhin, der Schrattenkalk ist jedoch mächtiger und über dem Schrattenkalk haben wir noch die Gaschella-Formation und den Sävenkalk gesehen. Gut, fassen wir zum Schluss kurz zusammen, was wir heute gelernt haben. Wir haben am Centis eine Abfolge von Kreidesedimenten. Bereits Ende Jura bildete sich auf dem europäischen Kontinentalrand eine Plattform, auf der Karbonat sedimentiert wurde. Die Sedimentation zog sich weiter bis in die mittlere Kreide. Dabei entstanden abwechselnd mächtige Kalksteine sowie Abfolgen von Mergeln. Die Kalksteine entstanden während Zeiten, in denen der Sedimenteintrag vom Festland unterbunden war und gleichzeitig das Nährstoffangebot auf der Plattform nicht allzu gross war. Die Mergel entstanden während Zeiten, in denen die Karbonatproduktion durch ungünstige Umweltbedingungen gehemmt war. Dabei entstanden Gemische aus Tonmineralien und Karbonat, also Mergel. Soviel zu den Sedimenten der Kreidezeit. Wir werden uns im nächsten Video mit dem Verschwinden des Piemont-Ligurien-Ozeans sowie des Walliser-Trogs beschäftigen. Bis dann! Auf Wiedersehen! Untertitelung des ZDF, 2020